Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Vorbereitung auf das kommende Nations Cup Rennen am Samstag auf dem Red Bull Ring. Wir sind auf der Kurzstrecke mit dem Schaltungskart und ich nehme euch jetzt mal auf eine meiner schnellsten Runden mit, eine tiefe 54er Zeit. Das ist eines der ganz, ganz wenigen Rennen, wo ich jemals auf die Handschaltung verzichtet habe, wo ich selber Automatik nehme. Die Startkurve ist entscheidend. Beim 50 Meter Schild steigen wir einmal vollkräftig in die Eisen, lenken ein und beschleunigen sofort wieder. Denn das Wichtigste beim Kart ist, den ganzen Schwung mitzunehmen. Die Anbindungskurve nur ganz kurz die Bremse antippen, den Rest lasst ihr einfach die Querbeschleunigung machen, die hier in diesem Fall eine negative Beschleunigung, also eine Verzögerung ist. Danach geht es nur noch Vollgas, wieder bis zur Zielkurve, den Berg hinauf. Diese Kurve hier wird überhaupt nicht angebremst, die geht voll. Das ist auch die einzige Stelle, wo ich empfehlen würde, wo man über den Körper fahren kann, über den inneren Körper. Ansonsten niemals mit dem Körper fahren. Hier auch kurz und kräftig bremsen und den ganzen Schwung mitnehmen, möglichst schnell wieder aufs Gas gehen. Der Unterschied zur Startkurve ist hier, man sieht einfach besser. In der Startkurve ist das alles sehr blind, aber hier geht das relativ einfach. Also das Prinzip auf der schnellen Runde mit dem Kart ist, den Schwung mitnehmen und von dem Körbs wegbleiben. Das Kart ist sehr flach und reagiert sehr, sehr, sehr empfindlich auf Veränderungen. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, seit Jahren das erste Rennen wieder einmal, wo ich die Automatik schalte. Warum? Weil wir ein 22-Runden-Rennen vor uns haben, bei dem es sich auf den ersten Blick nicht lohnt, über Taktik zu reden. Und warum? Wir haben keinen Reisenverschleiß und wir haben keinen Treibstoff. Also 22 Runden lang Vollgas geben. Und das ist mit dem Kart gar nicht so einfach. Ich habe mehrere Testrennen gefahren gegen die KI auf der Profi-Einstellung. Und ich habe es erst im vierten Anlauf geschafft, ein fehlerfreies Rennen hinzulegen. Wie gesagt, das Kart ist extrem empfindlich. Die kleinste Berührung am Körb oder auch beim Gegner kann schlagartig in einen Dreher oder in einen Abflug führen. Von der Taktik her im Qualifying und im Rennen ist neben dieser sauberen Linie und dem Schwung mitnehmen auf jeden Fall der Windschatten. Die Karts sind sehr empfänglich für den Windschatten. Das heißt, wo immer sich euch die Gelegenheit bietet, geht in den Windschatten. Es ist wie, wenn man einen Gang höher schalten würde. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen auf dieser schnellen Strecke, wo wir im Prinzip ja eigentlich nur zwei Kurven haben, wo richtig gebremst wird. Diese Kurve hier, haben wir gesagt, geht voll. Die Zielkurve wird angebremst, die Startkurve wird angebremst. Und bei der Anbindungskurve nur ganz kurz die Bremse antippen, den Rest der Queerbesteuerung machen lassen. Das ist es im Prinzip eigentlich schon zu diesem Rennen. Meine Empfehlung ist, fahrt möglichst viele Runden, bekommt ein Gefühl für das Kart. Die Lenkung ist ein bisschen knifflig. Sie ist sehr direkt, sehr empfindlich. Da muss man sich, wenn man vom Auto kommt, erstmal ein bisschen umgewöhnen. Und bekommt auch ein Gefühl dafür, was es bedeutet, 22 Runden lang mit diesem empfindlichen Kart wirklich schnell und fehlerfrei zu fahren. Ob ihr gegen die KI fahrt oder gegen Freunde, ist in dem Fall völlig zweitrangig. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß dabei. Und vielleicht sehen wir uns am kommenden Samstag auf der Strecke. Bis daheim, alles Gute und viel Glück im Rennen. Euer Carlos.